Yo, Freunde, was geht? Heute soll es was Besonderes im Shop geben und zwar hat anscheinend mein Lieblings-Skin einen neuen Style bekommen. Wir schauen uns das direkt mal an und zwar gehen wir an den Anfang und hier sehen wir sie, nämlich die Ruby hat einen neuen Style bekommen. Ich spiele gerade die, Achtung, ich spiele gerade die Schatten-Ruby, aber die normale, also diese hier, hat einen neuen Style bekommen und zwar den dritten inzwischen. Also schauen wir uns den mal an. Es gab ja schon den hier, den finde ich jetzt nicht so krass, aber dieser hier ist jetzt neu und ich finde, der schaut deutlich besser aus als der zweite. Ist wahrscheinlich einfach Geschmackssache. Ich finde der erste ist immer noch wahrscheinlich der beste, der zweite ist okay und der dritte ist jetzt dieser hier für, ja, eigentlich null V-Works. Also der ist einfach free dabei, für alle Leute, die den Skin haben, ist der halt einfach gratis freigeschaltet und für die Leute, die den noch nicht haben, den Skin, die können sich den heute kaufen und bekommen dann natürlich dieser Stil hier auch for free, also kostenlos dazu. Der männliche Skin, seht ihr hier schon, hat auch einen Style bekommen, der hat ja einfach keinen, obwohl, gehört doch gar nicht dazu, oder? Aber der hat auf jeden Fall einen ähnlichen Stil bekommen, diesen Fortnite-Hoodie, hat der auch bekommen. Die Hackel, ne, die hat auch nur zwei Stile und der Gleiter wahrscheinlich auch, ja, der hat nur ein Stil. Das ist so random, ja, auf jeden Fall ist Ruby aktuell mein Lieblings-Skin, ich spiele auch die ganze Zeit, also die Schatten-Ruby in dem Fall, aber, ja, mag ich auf jeden Fall. Und heute, wie gesagt, könnt ihr euch dann, äh, kostenlos quasi auch den dritten Style dazu mitholen. Hier haben wir noch die geschlagene Hacke drin, die ist okay. Der Glassteinflieger, hm, finde ich jetzt nicht so cool. Oh Leute, kurze Info aus dem Videoschnitt hier gerade. Ich hab jetzt erst gesehen, dass der Glassteinflieger-Gleiter seit 1200 Tagen nicht im Shop war, also insane selten dieser Gleiter. Rip an alle, die den hatten, also, ja, der ist heute wieder drin, nach unglaublich langer Zeit, ähm, ja, wollte ich nur mal ganz kurz sagen und jetzt weiter mit dem Video. Let's go! Die Anime-Skins, so der Anime-Skin ist wieder drin, hier auch mit der, also Orin und die Nullhackel. Dann ist Kastor und Emira sind wieder drin, die beiden, äh, Hexen und Magier quasi in ihren vielen Styles inzwischen. Es gibt ja vier Stück, glaub ich, genau. Bei beiden gibt's vier, ähm, ja, find ich cool. Äh, die Zauber, ähm, ähm, die Zauber macht da zwei, sorry dafür. Und die magische Schwing hat nur immer noch einen Gleiter, äh, einen Gleiter, ein Style, was ist denn heute los? Hat nur ein Style für 1, 2, genau. Genau, dann haben wir noch die Pepper Thorn, hm, nicht so mein Skin, der Traktorstrahl, auch nicht so mein Favorite. Dann haben wir den Jäger, auch ein ziemlich krasser, großer Skin, also, der hat sehr breite Schultern. Spiel ich nicht so gern solche Skins. Hull's Eye, ist sehr cool, mag ich, einer meiner liebsten Skins auch, für 8 und übrigens auch ein richtig guter Preis, also, den kann ich sehr empfehlen mit diesen drei coolen Styles. Dann diese Hacke, ne, Hacke, was ist heute los, Alter? Ja, die Lackierung für 300 V-Bugs ist auch drin. Dann haben wir noch den Einklang. Ja, benutze ich eigentlich gar nicht. Braucht man nicht. Schallinz-Hitter braucht man auch nicht. Relativ ähnlicher Skin. Und auf die Plätze fertig los. Jo, kann man benutzen. Habe ich noch nicht so oft gemacht. Oh, okay, heute die Emotes sind ja ziemlich wack. Okay, die Pakete sind alle noch drin, da hat sich jetzt nichts geändert. Aber wie jeden Tag könnt ihr gerne den Credit Codes Noxy benutzen, da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Vielen Dank an alle, die das jeden Tag machen. Kuss an euch, wirklich vielen Dank fürs Eintragen vom Credit Codes Noxy. Und, ja, da würde ich sagen, war es das zum heutigen Fortnite-Shop. War ein cooler Shop, gerade hier mit dem neuen Style feiere ich, dass man den jetzt auch holen kann, für die Leute, die den Ruby-Skin noch nicht hatten. Also, ja, holt ihn euch. Sehr gerne, cooler Skin kann ich empfehlen. Und dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und bis zum nächsten Shop-Video morgen früh natürlich. Haut rein und macht's gut, Freunde. Tschüss.